Hallo Weltentdecker, mein Name ist Tobias Huhn und wenn du öfters auf meinem Kanal vorbeischaust, dann wirst du schon gemerkt haben, hier gibt es ziemlich viele Videos zur Geschichte, denn Geschichte finde ich unglaublich spannend und wichtig. Aber ist Geschichte eigentlich wichtig? Warum ist Geschichte wichtig? Darum soll es im heutigen Video gehen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Geschichte wichtig ist und warum ihr euch, wenn ihr es tut, für Geschichte interessiert. Ich habe ja im letzten Video einiges zur Ethik von Aristoteles erzählt, falls du es noch nicht gesehen hast, das verlinke ich einmal hier. Und ich glaube, das hat ein bisschen nachgewirkt, denn heute Nacht habe ich darüber nachgedacht, wozu man eigentlich Geschichte braucht. Und da ist mir ein Schema, was ich von Aristoteles habe, passend erschienen, um es auch auf diese Frage leicht abgewandelt anzuwenden, warum brauchen wir Geschichte? Ist Geschichte eigentlich wichtig? Nochmal kurz zur Erinnerung. Aristoteles hatte in seiner Ethik drei Lebensstile dargestellt, wonach man im Leben eigentlich streben könnte. Das unterste bei Aristoteles ist das Streben nach Lust und Genuss. Darüber kommt der Lebensstil, der nach politischer Ehre strebt. Und ganz oben bei Aristoteles steht der selbstgenügsame Philosoph, der nur für die reine Betrachtung und Erkenntnis lebt. Bei Aristoteles ist das hierarchisch aufgebaut und er wertet die drei unterschiedlich auch. Ich würde soweit gar nicht mal unbedingt gehen, sondern sagen, das kann man erstmal auch gleichberechtigt nebeneinander stellen. Und dann eben auch leicht abgewandelt, nämlich zu vier Stufen ergänzt, auf die Frage, wozu ist Geschichte eigentlich wichtig, anwenden. Nehmen wir mal als erstes den, der bei Aristoteles ganz unten steht, nämlich der nach Genuss und Lust strebt. Ich würde sagen, das ist im Hinblick auf die Geschichtsfrage jemand, der sagt, Geschichte interessiert mich nicht und brauche ich nicht. Wozu auch? Kann man erstmal auch so hinnehmen. Dann, danach kommt der politische Lebensstil. Den gibt es auch in Bezug auf die Geschichtsfrage. Und zwar, denke ich, hier in zwei Ausführungen. Nämlich einmal den reinen Politiker und dann den Kulturschaffenden, sozusagen. Schauen wir uns erstmal den Politiker an. Der betrachtet die Geschichte vor allem als Mittel zum Zweck der politischen Gestaltung seiner eigenen Gesellschaft, seines eigenen Lebens, seiner eigenen Zeit. Er fragt also, was können wir aus der Geschichte lernen? Vor allem negativ ausgerichtet. Aus welchen Fehlern der Geschichte kann man lernen? Dahinter steckt oft ein zyklisches Geschichtsverständnis, was davon ausgeht, dass sich gewisse Dinge in der Geschichte immer wieder wiederholen. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man möglicherweise das Individuelle, das Einzelne, das jeweils Verschiedene, jeder geschichtlichen Situation ein bisschen unbeachtet lässt. Neben dem Politiker steht der Kulturschaffende. Der interessiert sich vor allem für die Gegenwart und für die Identität seiner selbst, seiner eigenen Gesellschaft, seiner eigenen Kultur. Und er fragt, wie ist diese Identität eigentlich geschichtlich geprägt? Also, wie wurde ich zu dem, wie wurden wir zu dem, was wir sind? Das kann man biografisch bei einzelnen Personen natürlich genauso machen, wie bei ganzen Gesellschaften, Völkern, Ländern, möglicherweise sogar bei der ganzen Welt. Auch der Kulturschaffende, so wie der Politiker, betrachtet die Geschichte also vor allem als Mittel zum Zweck, Während der Politiker den Zweck in der Gestaltung der Zukunft sieht, ist es für den Kulturschaffenden die Beschreibung der Gegenwart. Und beide instrumentalisieren die Geschichte, wenn man so möchte, für diesen jeweiligen Zweck. Die beiden würde ich zum aristotelischen, zur aristotelischen Lebensstufe desjenigen stellen, der nach politischer Ehre strebt, im weiteren Sinne. Ein Problem bei dem Kulturschaffenden ist übrigens, dass er vielleicht Schwierigkeiten hat, zu erklären, wieso man beispielsweise die Geschichte eines hinterletzten Stamms, der vor 5000 Jahren im Dschungel von Papua-Neuguinea gelebt hat, betrachten sollte. Wenn es da offensichtlich keine oder fast keine Verbindungslinie zur eigenen Gegenwart gibt, dann ist es eigentlich nicht wirklich nötig, die Geschichte eines solchen Stammes zu betrachten. Ganz anders ist das beim Historiker, im Gegensatz zum Politiker oder zum Kulturschaffenden. Das ist sozusagen die dritte Stufe, die ich vergleichen möchte mit dem Philosophen von Aristoteles. Ihr ahnt jetzt vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Während der Kulturschaffende und der Politiker die Geschichte, die Geschichtsforschung als Mittel zu irgendeinem Zweck angesehen haben, ist der Historiker, im engsten Sinne des Wortes, derjenige, der die Geschichte einfach nur um ihrer Selbstwillen, um der Erkenntnis, der historischen Erkenntnis Selbstwillen betreibt. So wie der Philosoph bei Aristoteles einfach nur für die Tätigkeit des Erkennens lebt. Dabei kann auch natürlich ein ästhetisches Moment mitwirken. Denn vielleicht findet der Historiker es einfach nur schön. Es macht ihm Spaß und bereitet ihm Freude, die Geschichte zu erforschen, weil es seinen urmenschlichen Trieb der Neugierde befriedigt. Die Metaphysik von Aristoteles beginnt sinngemäß damit, dass der Ursprung jeglicher menschlicher Wissenschaft das Staunen ist. Und auch der Historiker staunt, er ist neugierig. Und dann kann er dieses Staunen und diese Neugier natürlich auch universell anwenden. Auch auf den hinterletzten Stamm, der vor 5000 Jahren in Papua Neuginea gelebt hat. Einfach nur schauen, wie haben die gelebt? Nicht, weil ich irgendwas daraus für mich erfahren will, für meine Zukunftsgestaltung oder dafür, wer ich bin. Sondern einfach nur, um zu gucken, wer waren die? Wie haben die gelebt? Was haben die aus den Möglichkeiten menschlicher Existenz gemacht? Ich persönlich bevorzuge eine solche Herangehensweise an Geschichte. Für mich ist Geschichtsforschung immer was ganz stark Ästhetisches. Und das hat auch den schönen Nebeneffekt, dass es, dass Geschichte in diesem Sinne frei von jeglichem Eurozentrismus beispielsweise sein kann und eine wirkliche Universalgeschichte werden kann. Denn dann ist die Geschichte des hinterletzten Stamms aus Papua Neuginea genauso wichtig und genauso wertvoll wie die Geschichte Deutschlands in den letzten 100 Jahren. Das ist also auch ein sehr emanzipatorischer Ansatz, wenn man so möchte. Natürlich kann man auch diesen Ansatz zur Geschichte kritisieren. Das mag dazu verleiten, nämlich sich mit weltfremden Dingen zu beschäftigen, sich sozusagen sprichwörtlich im Elfenbeinturm der Wissenschaft zu verlieren. Aber ob das unbedingt die schlechteste Möglichkeit ist, sein Leben zu gestalten, das sei mal dahingestellt. In der Praxis wiederum wird man wohl immer Elemente von allen drei beziehungsweise vier Stufen der Hinwendung zur Geschichte bemerken können. Also manches interessiert vielleicht einfach nicht. Aus manchem, da denke ich vor allem beispielsweise an die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, möchte man vor allem viel lernen, um Fehler zu vermeiden für die Zukunft. Anderes wiederum ist einfach nur prägend für die eigene Identität und Anderes ist einfach nur für sich genommen spannend, auch wenn es überhaupt nichts mit einem selbst zu tun hat. Schreibt doch unten gerne mal in die Kommentare, was euch an Geschichte interessiert. Und hier habe ich nochmal eine kleine Playlist mit meinen fünf besten und spannendsten Geschichtsvideos zusammengestellt. Die solltet ihr euch jetzt gleich mal anschauen, wenn ihr schon im Geschichtsweber seid. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis gleich.